Hallo Leute, mein Name ist Ericin aka Muscle. Willkommen bei diesem Info-Video. In diesem Info-Video zeige ich euch, was sich jetzt meine neuesten Projekte sind, welches Projekte ich abbreche, welches nicht. Mein neuestes Projekt wird jetzt sein Minday, heißt Spiele mit Day, die ich schon dranhänge, wie jetzt Payday, wo ich schon Day dran ist, brauche ich nicht nur dranhängen, wie Minecraft ist dann Minday. Heißt, jeden Dienstag kommt so eine Folge raus. Die Folge beginnt ab dem nächsten Dienstag, wenn ihr gerade das Video guckt. Ja, beginnt die erste Folge von Minday oder andere Spiele mit Day, nennen das Games with Day. So, ja, das heißt Spiele mit Day. So, noch habe ich jeden Montag und Freitag kommt eine Folge Minecraft Adventure Map. Die Adventure Map mit deinem Leben, dann kommt Minday, dann kommt noch USW halt und so viele und so mehr. Und vielleicht habe ich dann auch mal den Florio Master mit dabei als Gast oder als Mitspieler oder Darky oder so. Ja, irgendwann werde ich auch die Map Dropper spielen, weil ich hasse die Maps so wegen Jumpen und so. Das hat nicht meine Map wegen fallen lassen und so, ne. Und vielleicht habe ich dann den Darky auch mit parat, aber werden wir noch alles noch sehen. Ja, so. Mittwoch kommt dann jede Quickscope Montage, wie immer. Jeden Mittwoch eine Quickscope Montage. Und ich habe gesehen, euch gefällt die Quickscope Montage. Das gibt mir wieder mehr Elan, wieder mehr zu machen. Ich sage, ich setze mich jetzt ganz hell wieder dran, nehm wieder auf mit Leuten. Ja, rennt dort die und latset dann wieder hoch. Musik im Hintergrund vielleicht ist von Kast, 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 Kast the Beats. Ja, und es bleibt noch ruhig, nur noch zu sagen, ruhig, was ist alles. Bis kein Derer, kommt zu Ere. Euer Ereken. Tschüssi. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017